Die Stadt spätisch gründet, verleiht dem Komponisten John Brutter in Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die Komposition geistlicher Musik, den Preis der Europäischen Kirchenmusik 2019. John Brutter gründet seine Musik auf den europäischen Traditionen, verbunden mit einer großen Aufgeschlossenheit gegenüber den Entwicklungen der internationalen, populären Musik. In seinem vielfältigen wie umfangreichen geistlichen Repertoire hat er mit Mut und Innovationskraft neue Wege aufgezeigt und Grenzen zwischen musikalischem Genres aufgelöst. Sein musikalisches Werk ist verankert in der heutigen Lebenswelt und verleiht den Bedürfnissen der Menschen unserer Zeit eine Sprache. Es wird daher weltweit von Professionellen wie von Leidenschaft, sondern geschätzt und gepflegt und erfährt dadurch seit Jahrzehnten eine beispiellose Breitenwirkung und Popularität. Die Stadt schwäbischen Münz ist es eine große Freude, John Brutter heute mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik zu ehren. Wir schauen, jetzt ist der Moment der Europäischen Kirchenmusik. Congratulations! Liebe Freunde, das Leben eines Komponisten steht voller Überraschungen, aber nur wenige Musikerinnen sind so erfreulich wie unerwartet, diesen wunderbaren Preis zu bekommen. Außerdem ist es eine große Ehre, vor allem wenn ich an die herausfordernden Musiker denke, die diesen Preis von mir vergeben haben. Es ist erfreulich zu erleben, wie Musik so manche Hürde in unserer so turbulenten Zeit zu nehmen werden und Harmonie bringen kann. Ich denke oft an Bethovens Worte, die er über seine Misse solemnisch sagte. Und diese Worte gelten für jede Art von Musik. Es kam von Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen. Voller Stolz und tiefer Dankbarkeit Nehmen wir diesen Preis entgegen. Applaus Und zuletzt haben wir zwei kleine Stimmen mit extra Stimmen. Meine Freunde, darf ich, wenn Sie sitzen bleiben, zum Herbst sehen Sie auf die Welt und schließlich, der Lord bless you and me. und schließlich, die Lord bless you and me. Und dann geben Sie auf die Welt und schließlich, die Lord bless you and me. Amen. 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 Amen.